hallo und herzlich willkommen im aktuellen video im heutigen video machen wir schaschlik vom big green egg nach alka art nach grillschweine art und was wir dazu alles brauchen das seht ihr eben alles hier also wir haben erstmal für unser schaschlik also wir machen es relativ klassisch nach ich sag mal deutscher art in der soße wie man es eben kennt von 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 der imbissbude um die ecke wir haben unser fleisch komme ich gleich dazu dann haben wir paprika wir haben die zwiebeln wir haben unsere schaschlik spieße in dem fall aus metall umweltfreundlicher und das ist so dass was unseren schaschlik spieß ausmacht aber warum sage ich jetzt eben grillschweine art das fleisch was wir haben ziemlich üblich ist es ja dass man sagt naja man nimmt eben ein schweinefleisch man nimmt vielleicht ein rindfleisch man hat leber mit dabei je nachdem was man halt so mag wir haben jetzt hier bei uns schwein speck gut speck ist auch ziemlich üblich dann haben wir rindfleisch wir haben lang mit dabei und das ganze habe ich vorab mariniert und wie es ausschaut das zeige ich euch jetzt wir haben als allererstes äußter soße in eine schale reingegeben und das ist auch die grundlage mit der wir eben unsere soße gemacht haben dann haben wir noch soja soße mit rein zucker und haben das ganze eben schön verrührt und dann auch ganz wichtig ganz viel knoblauch das ist jetzt also auch knoblauch den wir den wir eben pressen und dieser gepresste knoblauch den wir hier reinpacken ja das sind 10 10 also wirklich ordentliche knoblauchmenge und dann haben wir unser fleisch mit rein gegeben ja jetzt habt ihr gesehen wie das ganze ausschaut mit dem marinieren das ganze habe ich über nacht und eben stehen lassen und dann ist das hier draus geworden also man sieht es hat noch eine sehr einheitliche farbe jetzt bekommen also eben durch unsere soße hier warum habe ich auch die äußter soße genommen die äußter soße das ist ja auch eine soja soße allerdings ich sag mal mit austern extrakt da wird wahrscheinlich keine externe was keine keine austern groß mit drin sein aber irgendein extrakt auf jeden fall was dem ganzen aroma verleiht und durch den knoblauch wird es auch sehr aromatisch durch den durch den rohrzucker den auch noch mit rein haben auch da wird es wieder eben sehr aromatisch und das ganze ist halt eine mega geile geschichte für unser fleisch ja das ist also das was wir dann auf unsere spieße drauf packen und dazu werden wir eben noch eine soße machen diese soße die wir hier dazu machen die hat verschiedene zutaten wir haben ja erstmal ich sag jetzt mal röstgemüse also wir haben jetzt ein paar so kleine abschnitte wir haben die zwiebel die zu klein waren für den spieß die paprika stücke die zu klein waren wir haben rote zwiebeln die habe ich jetzt hier alle mit drin die wir erstmal anrösten dann haben wir paprika mark wir haben tomaten mark hier an der stelle mit dabei dann habe ich eben zweierlei vor das eine ist ein gemüse vor dann habe ich vergessen noch übrig von von einem anderen gericht und hier habe ich noch ein rinder vor der ist eben noch zu da kommt auch noch mit rein da passierte tomaten dann haben wir hier das ist finde ich persönlich ganz wichtig das sind essiggurken es gibt also viele die stecken auch essiggurken mit auf den schaschlik spieß mit drauf das mache ich jetzt in meinem fall nicht da nicht jeder bei mir in der familie die essiggurken mag und deswegen kommen die eigentlich nur in die soße mit rein und auch den den saft der essiggurken also das wasser da wieder wir probieren noch mal in anderen anderen videos auch schon gemacht ja es schmeckt halt so nach salat dressing sage ich jetzt einfach mal bis halt süß sauer ist auch perfekt als soßen grundlage deswegen wenn wir das auch noch komplett mit rein geben und dann habe ich hier noch ganz wichtig neben dem wein ein curry und dieses curry da muss ich dazu sagen das ist ein ganz normales standard curry erstmal aus dem supermarkt aber ich habe das noch an meine bedürfnis angepasst ich habe also noch paprika mit rein minimal knoblauch also wirklich nur minimal denn ich habe hier schon ganz ganz viel knoblauch in meinem fleisch mit drin deswegen habe ich nicht also wie knoblauch mit rein kein salz warum habe ich auch wieder durch die soße an mein fleisch schon ganz viel mit dran chili habe ich noch mit rein ein paar kräuter und das war's und durch das durch das mehr paprika hat es auch die leicht rötliche farbe probieren das auch mal schmeckt halt sehr also schon gut paprika lastig aber also finde ich sehr geil finde ich persönlich gehört eben auch in den schaschlik mit rein dass man eben dieses ja aroma vom curry mit dabei hat ja und jetzt würde ich sagen starten wir erst mal mit dem soßen ansatz warum machen wir das jetzt mit dem soßen ansatz starten hintergrund ist ganz einfach ein gulasch beispielsweise das kann ich natürlich über drei vier stunden einfach schmoren das kann ich jetzt bei meinem schaschlik nicht denn mein schaschlik hat ja das problem dass ich das nur eineinhalb stunden wegen dem gemüse im topf lassen kann denn sonst würde sich mein gemüse auflösen und von daher werden jetzt erstmal den soßen ansatz machen und den soßen ansatz auch soweit dass wir das schon runter reduzieren auf eine passende menge denn wir werden das fleisch petromax machen allerdings mit deckel drauf denn durch den deckel haben wir nicht das problem dass oben die dinge austrocknen denn wenn ich jetzt meine soße reduziere dann wird es wahrscheinlich so sein dass nicht alles von der soße bedeckt ist und dann hätte ich eben oben diese trockenen fleischstücke die möchte ja keiner haben und von daher starten wir jetzt mit der soße ja machen wir hier mal auf und geben unseren petromax hier rein schließen den deckel auch und dann hole ich jetzt noch kurz ein öl was mit rein geben ja jetzt habe ich mein öl geholt das geben wir in unseren dutsch hier rein gute menge und dann können wir wenn wir genug hitze haben auch gleich anfangen unser gemüse anzurösten das wird eben die grundlage für die soße hätten wir noch ein wenig power gebraucht aber naja man hört schon das passt schon ist okay ist okay gut deckel machen wir zu das lassen wir jetzt auch mal in ruhe allgemein schaschlik also schaschlik ist ja ich sag mal deswegen habe ich vorhin gesagt nach deutscher art deutscher art ist ja wirklich so mit paprika mit zwiebeln und dann im effekt mit einer oft mit einer fertigen schaschlik soße mit curry pulver die sich in jedem land gleich wenn wir uns russisches schaschlik anschauen dann schaut es ganz anders aus also die machen das eben auch auf dem grill also die grillen das aber grillen das auch komplett machen das gar nicht großen so sie tun ihr fleisch vorhin marinieren gibt es auch verschiedene arten wie die das machen also ich war da mal bei einer russischen familie eingeladen bei dem familienfest war man im see und da gab es eben auch schaschlik vom vom grill die haben das fleisch genommen haben das vorher in einem wasser essig zucker salz lake eingelegt über nacht haben den spieß dann gesteckt und dann haben sie es eben auf den grill und auf dem grill selber da haben sie eine pete flasche gehabt haben sie oben einfach ein loch rein gemacht und haben da diese lage noch mit rein und haben dann wirklich alle ich sag mal 20 sekunden auf ihr ihr gar gut diese diese marinade immer wieder mit drauf gegeben ich habe ich habe diese lage eben auch probiert die war schon die war schon gut essig lastig klar ich meine bei ungefähr 50 prozent ich muss mal kurz hier da was beiseite räumen dass er mich auch sieht mag noch nicht ja so ist das eben wenn man zu hause produziert und es ein bisschen wind geht ja und was ich jetzt sagen wollte es hat eben einen es hat eben einen wirklich extrem guten geschmack gegeben es war nicht zu essig lastig und das fleisch das war butterzart also werde ich auch auf jeden fall mal selbst machen also ich habe mich schon mal dran versucht da war es nicht so optimal aber ich denke das kriegt man schon gemeinsam irgendwann hinten im video ja jetzt schauen wir in der zwischenzeit mal was unser fleisch fleisch ist es ja noch gar nicht sondern eben unser gemüse macht das rüstet schon vor sich hin was wir jetzt auch schon gleich mit rein machen ist unser paprika mark und unser tomaten mark natürlich immer mit anrösten wegen der säure dass die rausgeht so haben wir einmal paprika und dann haben wir noch tomaten mark so sehr schön kommen hier beiseite wir rühren noch mal rum gut den legt nochmal da oben drauf das lassen wir jetzt noch kurz drin und dann das ganze mit unserem rotwein hier ablöschen ihr wisst ja ich bin kein weintrinker probieren wir den wein einfach mal gleich wieder sagen erinnert mich an weihnachten der ist ein sehr trockener rotwein also zieht es einem schon richtig den mund zusammen aber ich muss ja dazu sagen also ich habe mich in den letzten monaten ein bisschen mit wein beschäftigt ich habe auch regelmäßig mal ein wein auch probiert gerade jetzt nach dem grill wenn wenn der wein im übrigen war ich finde schon gar nicht mehr ganz so schlimm wie früher einen wein zu trinken also früher war für mich wein also einfach hat mir nicht geschmeckt jetzt habe ich schon häufig mal ein wein probiert und langsam komme ich glaube ich in den genuss also vielleicht in einem jahr oder so in meinen grillvideos werden wir vielleicht eine weinverkostung machen weil ich dann zur weinprobe geworden bin schauen wir mal vielleicht aber auf jeden fall ich finde es gar nicht mehr so schlecht werde mich damit auch weiter beschäftigen wie gesagt wenn ihr irgendwelche infos zum wein habt wenn ihr sagt der eine wein hier ich halte ihn da mal rein muss aufpassen dass es nicht rausläuft den kenne ich ich kann was dazu erzählen schreibt es in die kommentare würde ich gerne irgendein video auch mal mit aufnehmen und ansonsten ja kommt jetzt einfach bei mir mit in mein in mein gemüse ja dann werden wir jetzt das ganze mit wein ablöschen ungefähr viertel 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 flasche geben dann gleich unsere passierten tomaten dazu was ich euch immer empfehlen kann hier sitzt nämlich hier da bleibt immer relativ viel drin und gerade wenn ihr einen vor oder so habt oder habt ein wein dann habt ihr den auch mal schüttelt das ein wenig durch und könnt dann noch einen ordentlichen rest aus dem ganzen ding herausholen so stellen wir bei seiner dann über wiederum und geben jetzt unseren unsere gemüsebrühe von gestern und unseren rinderfond noch mit rein dann haben wir noch hier unser gurken essigwasser mit den essiggurken mit den geschnittenen auch das gehen mit rein das kennt man so ein bisschen auch von der zigeunnersauce machen das auch viele viele machen ja auch beim beim schaschlik eine zigeunnersauce dazu also gibt es ja viele viele varianten also ich habe einiges darüber gelesen und ja deswegen passen die gut mit rein und dann haben wir noch unser currypulver unser halbwegs selbst angerührtes und das vermischen wir jetzt die lauchzwiebeln die ich hier habe die kann man auch mit rein geben die sehr normalerweise lauchzwiebeln also die sind ja immer gerade bei so chinesischen gerichten finde ich immer ganz geil wenn man die zum schluss eben mit drauf gibt denn es gibt halt immer so eine schöne optik und von diesem auch da nicht durchgegatzen nicht matschig das gibt ein frischer kick in dem fall ja soll es soll sich mit auflösen der geruch ist jetzt auf jeden fall extrem geil also das currypulver das ist richtig cool erinnert jetzt um ehrlich zu sein eher an currywurstgrad vom geruch her und ich würde jetzt erwarten dass ich gleich so eine schöne dicke bockwurst bekommen schmeckt aber schon gut ich nehme lieber mal ein Löffel und also hat schon hat schon echt einen guten geschmack also dieses currypulver also mein wixer ist ein fertiges aus dem Discounter und ein bisschen angemacht gibt schon gibt schon gutes aroma ja und jetzt ist wichtig wir köcheln das ganze jetzt hier aber ich glaube wir geben noch gleich restlichen rotwein also eine gute menge mit rein und das restliche drittel ist dann für den koch zum abendessen beiseite und dann schließen wir jetzt den deckel so ok die soße die kann jetzt auf jeden fall kommen jetzt gut ist mein tisch halt nicht dass mir das ganze jetzt umkippt passt jetzt fangen wir an unsere spieße hier zu machen bei den spießen ja ich meine das wird jetzt keine große revolution man steckt eben abwechselnd ich glaube das kriegt jeder hin da braucht man keinen großen kurs dazu was ich aber empfehlen kann ist damit ihr am ende auf jeden fall fleisch habt und keine paprika denn das fleisch durch das fett und natürlich durch die durch die größere dicke das rutscht nicht so einfach runter das heißt nimmt man paprika oder oder zwiebeln und packt die am ende dann fallen die relativ leicht in die soße ist ja nicht weiter schlimm aber wollte ich halt mal erwähnt haben gut hier sind der teller wunderbar und ein spieß machen wir gemeinsam den rest mache ich dann alleine in alle ruhe hier außen das ist das schöne bei dem spieß ist es umgebogen das heißt da kann ich es runterfallen also in dem fall ist es egal mit was ich beginne in dem äußeren bereich muss man aufpassen dass eigentlich sowas passiert wie jetzt gerade hier bei mir dann ist es nicht ganz so toll ich glaube das machen wir nochmal neu spießen das nochmal schöner auf so ist es doch besser beziehungsweise wenn ihr es ausspießt am besten natürlich nur so in die in die fleischrichtung dass es alles schön zusammen ist und dann spießen wir es auf genau hier haben wir eben verschiedenes fleisch das ist auf jeden fall ein rindfleisch stück ich habe versucht die möglichst in der gleichen größe zu machen aber ja so hundertprozentig perfekt ist es nicht in den meisten fällen ist es auch immer so man wechselt dann ab man macht dann eben beispielsweise erst fleisch dann zwiebel dann paprika und dann wieder fleisch und so weiter und das mischt man einfach durch genau speck habe ich auch noch mit dabei speck gibt dem ganzen natürlich einfach mehr aroma das gibt dem einfach körper durch das ganze fett was da mit dran ist also eine schöne geile geschichte da haben wir jetzt ein schweinefleisch wollen wir ein lamm auch noch auf die schnelle finden genau das ist das lamm das ist kein lamm das ist auch rind so wo haben wir denn lamm das müsste ein das ist auch kein lamm lamm habe ich nicht so viel dabei das heißt da geht jetzt gerade die suche weg los ich möchte auf dem spieß möglichst alles mit drauf haben das hier müsste ein lamm sein genau ja okay also auch mal so von der erklärung her man sieht es eben hier habe ich habe jetzt hier ein rind an einem rindfleisch da habe ich ziemlich viel fett noch dran dann habe ich den speck ist klar dann habe ich eben das schwein das schwein ist recht mager da habe ich wirklich die schweinefilet genommen hätte man ich gar nicht machen müssen weil es zu hochwertiges fleisch ist und dann habe ich jetzt eben hier mein lamm und das lamm ist verhältnismäßig auch ziemlich mager aber hat doch leichte fettanschlüsse was eben hier unser schweinefleisch an der stelle gar nicht hat daher kann man es erkennen also so eine sache früher wenn wir es gesagt das ist dessen das fleisch gesagt ganz echt das ist fast unmöglich das rauszufinden mittlerweile wenn man dann oft genug mit den produkten gearbeitet hat dann ist es gar kein problem ja ich habe es nicht ganz so gemacht wie gesagt hat dass man es eben so abwechselnd macht wie gesagt muss man ja nicht ist ja nur so optional genau die leber nehme ich wahrscheinlich auch beim nächsten mal noch mit dazu hatte ich jetzt diesmal leider nicht aber ich finde die geschichte mit leber an sich schon ganz geil auch wenn ich jetzt lieber gar nicht so mag aber das kenne ich noch aus der kindheit aber auch immer leber mit dran als kind mochte ich das irgendwie auch nicht aber trotzdem ja aus der fahrung finde ich kurz mit dazu deswegen ist aber auch gern wieder mit drauf machen denn geschmäcker ändern sich ja auch nur als kind ich gemacht hat heißt dass man es heutzutage vielleicht dann doch mag ja so schaut dann mein spieß aus die spieße die waren wir dann natürlich auch noch angrillen ja klar wir sind bei den grillschwein wir wollen nicht alles im dutschofen jetzt aber nur machen und deswegen kriegen wir das dann nachher auch gleich noch an ich mache jetzt erst mal fertig und dann sehen wir uns gleich wenn die umgebaut habe und beim grillen so meine schaschlik spieße sind fertig gemacht und meine soße ist auch soweit schon reduziert ich habe jetzt auch hier nach drüben auf den minimax gestellt der minimax meine schöne ablage hätte ich jetzt auch ein bisschen warm machen können aber ich habe jetzt so viel power in dem topf drin dass in den sagen wir 15 minuten wo ich mein fleisch angrill das ist kein problem ist wenn es jetzt einmal ein wenig ruht dass ihr euch das mal anschauen könnt wie das jetzt ausschaut meine schöne pyramide die ich gebaut habe halten wir mal in dieser kamera hier sein traum und jetzt sieht man es nicht sind nämlich auf der anderen seite mist dreht mal kurz und hier unten sieht man nämlich auch die soße die schon eben aus dem fleisch ausgetreten ist also meine oyster knoblauch marinade mit rohrzucker ist gerade schnee runter gefallen von meinem dach ja gut und das grillen wir jetzt eben an den big green egg den habe ich jetzt noch mal ein bisschen eingeheizt ich habe jetzt auch bald meine ganzen briketts alle aufgebraucht die ich eben alle hatte dass ich dann demnächst nur mit kohle grillen kann denn auch da war ja schon die frage warum warum nimmst du eigentlich manchmal briketts und nicht nur kohle denn eigentlich wird ja immer auch kohle von big green egg empfohlen empfehle ich euch auch ich habe nur aus dem weber zeit noch ganz viel kohle übrig und ich habe echt viel kohle gekauft gehabt so und was habe ich jetzt hier noch gemacht ich habe hier noch ein schmuckstück mit rein also muss man so diese kohle hier die gibt es auch bei uns im online shop das ist soma und das ist eine aromakohle wenn ihr die rein packt da habt ihr so ein richtiges ja ich weiß nicht ich würde schon fast sagen kräuteraroma und das geht auch in das fleisch über wichtig ihr dürft sich übertreiben denn mir zu rein macht dann schmeckt das fleisch vielleicht zu intensiv also gerade räuchern nicht so mag deswegen habe ich jetzt aber noch ein paar mit drauf gepackt und jetzt würde ich sagen grillen wir meine finger da noch kurz von vorne ich habe hier draußen auch mein fleisch vorbereitet ich habe echt zum schluss meine finger fast nicht mehr gespürt noch jetzt ist es schon es ist schon echt kalt hier draußen gut dann schauen wir mal rein mit luftleiter habe ich auch schon ein wenig power eingegeben machen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ihr seht wie geil das einfach funktioniert man geht hier drauf und dann hat man sofort flamme also wenn man überlegt wie es vorher ausgeschaut hat und jetzt da ist der hier schon brachial gut und dann tun wir jetzt unsere spieße drauf und wie immer habe ich die hälfte vergessen ich gehe kurz rein und hole noch meinen meine grillzange bin ich zurück mit meiner original big green egg grillzange gute qualität kann ich wirklich empfehlen kostenlos ihr geld aber ist halt auch wie der big green egg für die ewigkeit so dann geben wir das ganze noch mal drauf aber eigentlich hätte ich es auch direkt drauf legen können aber aber zum wenden werde ich auf jeden fall brauchen so ich habe jetzt natürlich in der marinade gar kein öl drin das heißt da muss ich jetzt nicht aufpassen dass mir das ganze nicht festklebt in der mitte habe ich natürlich die ultimative hitze außen dann weniger hitze das kann man sich dann auch eben zum vorteil machen beim grillen und man sagt naja man geht es eben in der mitte an und legt es dann noch mal an die seite und tauscht dann immer wieder mal durch das wird jetzt noch ein bisschen brauchen gibt es was zu erzählen eigentlich nicht doch ein was gibt es noch zu erzählen ich habe natürlich ganz am ende noch ein wenig paprika und ein bisschen speck übrig gehabt das habe ich hier noch mit reingepackt ja gibt halt einfach aroma und ja ist jetzt schon eine schöne schlotzige dicke soße dann würde ich sagen ich grille das gleich einmal fertig und da sehen wir uns gleich wenn ich den noch mal umgebaut habe mit unserem schweren konvektor und aus dem big green egg einen ofen gemacht habe um dann unser schaschlik eine halbe stunde zu garen bis gleich mein fleisch ist fertig gegrillt mein grill ist umgebaut schaut euch das an das ist der hammer muss nur schauen dass es mir nicht runter fällt das war nämlich jetzt sehr ärgerlich so ist das ganze fertig gegrillt das dampft noch wie sau und ich habe schon das erste stück probiert diese diese soße diese marinade mit deutscher soße das sind jetzt meine zwei die ich zur seite gelegt habe ich konnte es nicht erwarten ich wollte nämlich schon gleich probieren ich habe auch hier schon ein stück gegessen und jetzt versuche ich mal dass ihr auch zuschauen könnt man sieht es eben wie geil das fleisch auseinander geht und das ist so butterzart auch noch mal ein größeres stückchen zwiebeln tun wir mal beiseite aber ich schaue euch das an diese saftigkeit vom fleisch und das geht so schön auseinander das ist echt ein genuss das aller geilste durch diese holzkohle vom gröderbaum das ist ein schönes dezentes raucharoma die soa soße kommt zur geltung echt top also ich freue mich wenn es fertig ist ich werde berichten es gibt eine richtig schöne salzige note auch auf dem fleisch also da muss man gar viel nachwürzen und ich bin mir auch sicher ich werde in der soße kein salz benötigen denn das fleisch wird genug aromen abgeben so genug geschnackt jetzt geben wir unseren petromax hier rein der ist auch nicht mehr so heiß zumindest nicht der griff haben wir auch ein paar grad außentemperatur nur aber was sieht es hier der hält natürlich auch gute hitze und da geht mir jetzt unser fleisch mit rein ich habe nur grad noch mal dass ihr mehr seht stopp in die richtung müssen wir so ich habe noch ein bisschen befürchtung dass es nicht alles reinpasst aber das werden wir dann sehen notfalls muss ich etwas raus trinken das wird schon wird schon gehen also jeden fall gut in der soße runter drücken wo ich jetzt natürlich auch aufpassen ist dass ich die spitzen die ich ja hier vorne habe nicht so sehr am rand habe von petromax denn das mag dann natürlich nicht so denn gerade so kratzer müssten dann eigentlich wieder eingebrannt werden so ja doch das sieht ganz gut aus richtig da rechts ist natürlich schon so eine recht dicke soße ab also man sieht es ja hier die ist schon ganz dick aber ja müssen wir halt schön runter drücken das fleisch ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig durchgegart ganz klar soll sie auch nicht so an ist ich brauche einen größeren petromax da ich mehr soße machen kann naja ja gut mit gewalt wobei ich glaube ich mache folgendes ich lege mir die zwei beiseite die grille ich mir einfach so die essig dann zwischendurch die gar ich mir so durch ich habe noch Wein übrig gibt es nachher also nicht für mich sondern gibt es lieber dass wir mehr soße haben weil ich glaube das reicht sonst fast nicht da haben noch saft den geht man auch noch mit dazu wollen wir nichts verschwenden da machen wir unseren deckel obendrauf und ein halb stunden haben wir gesagt schauen mal kurz auf die uhr jetzt haben wir 13 uhr 17 also um 14 uhr 45 soll das ganze ding hier dann fertig sein temperatur technisch da muss ich jetzt aufpassen denn ich habe ja meine schöne kräuterbaumholzkohle rein und die hat die hat power die hat echt power also ich habe vorhin dann echt schon so 230 grad nach ganz kurzer zeit wieder gehabt und jetzt erst hat sie wirklich auch die richtige klug also ich werde jetzt hier mein aschefach ein bisschen zu machen den regulator auch weiter zu machen dass wir uns vielleicht bei 150 grad einpendeln denn wir können das fleisch nicht wie schon gesagt wie beim gulasch jetzt drei stunden durchgaren sondern eben nur eineinhalb stunden wegen dem gemüse drin das ist kein brei wird und daher nicht allzu lange dann würde ich sagen räume ich den rest hier noch auf und dann sehen wir uns gleich mit dem endergebnis bis gleich so mein schaschlik ist jetzt fertig dazu gibt es ein schönes brötchen und dass ihr auch seht wie das ganze ausschaut nehme ich euch da jetzt mal mit mit der kamera hier ein kurzer rundflug nach vorne die kamera machen wir ein wenig höher hoffen wir das erhält ich denke so ist es ganz geil und dann lüften wir mal das geheimnis so sieht das ganze jetzt aus und man sieht das fleisch ist jetzt schön in der soße also so ist es doch recht dünn geworden also viel dünner als ich gedacht habe aber klar ist der fleischsaft der jetzt eben rausgegangen ist und das werden wir jetzt mal probieren und um das zu tun stelle ich euch wieder nach vorne ok kamera hält sollte passen und dann machen wir uns das schöne schaschlik da mal drauf was kommt da noch ein schöner schöpfer von der soße aber das wird das gericht also sehr einfach sehr klassisch und butterzartes fleisch also vorhin das war schon extrem geil aber jetzt gleich mal 10 ein absoluter traum dann sage ich jetzt einmal vielen dank fürs zuschauen bis bis zum nächsten mal ich freue mich bis dahin bis zum nächsten mal